Ach, der heißt so! Ich dachte, der hätte auch einen Caller-Welt geschrieben, aber der Typ heißt so. Also, ich bin jetzt an der Straße. Wo bist du? Ich bin genau im Wald. Ich komme jetzt raus aus dem Wald. Ich bin jetzt auf Höhe von diesen Schildern. Ich bin jetzt auch auf Höhe der Straße. Jetzt überquere ich die Straße. Dass man dich aber auch nicht sieht, ne? Das ist dieser Kreisverkehr da oben, ja. Ne? Alter, ich sehe dich nicht. Ich bin jetzt links von der Straße. Aber ein bisschen weiter links. Ich hoffe, hier an so einem roten Bus stehe ich hier. Hast du die Straße noch nicht überquert? Doch, den Kreisverkehr, die Straße, die habe ich schon überquert. Ich stehe jetzt vor so einem roten Busch. Was für ein Kreisverkehr? Ich bin ja gar nicht auf dem Kreisverkehr. Ich bin ganz woanders, wo ich bin. Ach, da ist der Kreisverkehr. Oder? Ja. Schulz. Flugschrauber. Hinlegen. Flugschrauber zum Flugfeld. Sollen wir zum Flugfeld laufen? Das ist dieser Trust, der eben geschrieben hat von wegen, kein Bock mehr auf Nachbarschaftskrieg. Meinst du, da geht der hin? Da ist der Flugfeldtag. Ja, das ist aber voll der Weg jetzt dahin, oder? Ja, wir sind ja schon fast hier bei... Ich kann meine SR 58 auf 800 Meter zeroen. 800 Meter? Ja, ich meine G36 auch. Soll ich mal? Nee. Ich brauche auch Painkillers, weil ich einfach... Hast du keine? Doch, ich habe Painkillers, aber ich müsste die jetzt nehmen, um richtig zu zielen, aber das wäre jetzt viel zu aufwendig. Ich habe gar keine. Wo laufen jetzt überhaupt beide gerade hin? Wir laufen schon beide nach Wettich, ne? Ja, lass aber nochmal schnell das Airfield, also wenigstens die Feuerwache hier abchecken. Wie weit ist denn das Airfield jetzt weg? Wir sind direkt hier. Ja, bei mir sind es 900 Meter. Links vom Kreisverkehr. Du bist 900 Meter von der Kreuzung entfernt. Vom Airfield. Krass, du bist ja voll weit hinten, Alter. Bist du links oder rechts von der Straße hier unten? Äh... Ja, warte, ich kann es gerade schwer einfassen. Ich weiß nämlich nicht so ungefähr, wenn ich genau wo ich lang gelaufen bin. Ich gehe gerade zum Airfield auf die Feuerwache. Oh, da ist ein Auto. Es hat zumindest... zwei Räder. Ich bin jetzt hinter den... Hinter den Hangars quasi. Hinter den Hangars? Ja, also der Truss ist auf jeden Fall beim Airfield. Ich bin auch hinter den Hangars. Ich stehe jetzt an diesem Auto. Ja, das sehe ich noch nicht. Ich bin auch relativ weit entfernt. Okay, das Auto hat zwei Räder. Jetzt bin ich erst am Kreisverkehr. Da ist was drin. Bandage. Eine leere Jerrican. Zwei Reinforcing Material. Zodacan. Zodacan. Tanktrap Kit. Drei Hunting Knives. Mit Pickaxe. Zodacans. Ich habe keine Solarcans mehr. Ich sehe aber kein Auto. Oh, ich habe ein Airplatte gehabt. Ja, ich stehe am Auto. A-N-2-Day-Z. Okay. Das ist einfach nur der Name vom Auto. Ich brauche Pan-Killers ganz drängend. Also, siehst du das Auto jetzt endlich oder nicht? Nein, ich bin hinter den Hangars. Wie hinter den Hangars? Direkt hinter den Hangars oder? Ja. Ah, da sehe ich dich am Auto. Terracotta. Passt. Siehst du mich? Nein, noch nicht. Ah, ich bin noch ein Stück entfernt. Was ist an der Mi kaputt? Die sind genau an der Feuerwache. Lande gleich bei euch, okay. Ähm. Dann sind die doch nicht hier in der Feuerwache, oder? Ja. Weiß ich, die Mi stand doch da hinten, oder nicht? Die stand genau neben der Feuerwache, neben diesem Tarmgebäude. Also neben dem Tower. Ja, sag ich doch. Ja, das ist schon ein riesen Unterschied. Peter. Jetzt mal ein Polizeiauto. Was auf, da sind Zombies. Peter, da sind Zombies. Ey, du bist so ein Spast. Ja, ich hab vercheckt. Ich dachte, ich wär gebückt. Ich dachte, ich wär gebückt, Alter. Nein, du hast gar nichts gecheckt. Du bist einfach schnell gelaufen, Mann. Das hast du doch selber gesehen. Ja, ich hab gedacht, ich wär gebückt. Ne, das siehst du doch, dass du so schnell rennst die ganze Zeit. Machen wir mich nicht voll. Ja, ich hab's nicht geschnallt. M9-Magazine und 100-Round-M240. Jetzt was zu trinken. Ich mal wieder ein G17-Magazin. Ne, Machen wir auch. Wir müssen erstmal was essen. Ja, hast du gut gemacht. Jetzt musst du schießen. Komm hier hoch. Du bist echt ein Held, Ravi. Super. Du bist echt der Held des Abends. Ah, hilft ja nix. Ne, das ist scheiße. Ich muss auch feiern. Alter, dieser Scheiß-Zombie. Jetzt ist schon wieder eine Bandage weg, wenn das so weitergeht. Ne, Glückwirk. Alter, der soll mich in Ruhe lassen. Bandagier dich. Ich blute nicht mehr. Ne, Hauptsache. Dafür nimmst du jetzt... Legst du jetzt deine Waffe hier hin und schmeißt die Hatchet in dein Inventar. Ich passe hier auch drauf, dass nichts verschwindet. Was soll ich in mein Inventar packen? Schmeiß deine G36 hier hin und nimm deine Hatchet vom Tool-Bild. Und mach die Zombies da weg. Lautlos. Was ist denn der Hatchet? Axt. So, na gut. Wie kann ich die nehmen? Einfach mal Mausrat. Remove vom Tool-Bild. Raufflicken rechts. Nichts. Und dann wechselst du die Waffe. Gut. Hö. Musst du, glaub ich, nachladen. Guck mal nach, wenn du nachladen musst. Muss ich die Achse nachladen? Ja, das ist der Witz daran. Was geil. Dann fällt der Wurte. Muss auf den Kopf ziehen, ne? Ja gut. Sehr schön. Komm wieder hoch. Oder auch guck erstmal, ob da noch einer ist. Eine Bandage, mehr so ein Fax, alter. Das war der einzige. Ja, aber ganz oben war, glaub ich, noch eine Bandage. Mal gucken, gerade. Meine Fresse. Ne, hier war keine Bandage. Ne, hier war keine Bandage. Aber die sind nicht hier, die sind nicht hier am Airfield, Mann. Ne, ich dachte, die werden hier gelandet wegen dem Hubschrauber. Ist kein Zombie mehr? Hast du deine Waffe wieder aufgenommen? Ja. Hätte ich noch mit der Episode killen können. Scheiße, jetzt hab ich das... Ja, du hast es verbockt. Ja, ja. Jetzt auch dafür gerade stehen. Hast du gar keine Bandagen mehr? Doch, ich hab noch zwei. Ja, ja, dann... Fisch da hinten noch jetzt? Ne, ne? Ne. Dann gehen wir jetzt noch zum Tower, das ist eh die Richtung. Im Endeffekt. Die machen jetzt einen Puck, die beiden da. Sollen sie noch machen, was sie wollen. Wir kennen sie alle Male. Siehst du? Hier gehen nochmal die Uhr an. Oh. Ja, schon sechs Uhr fast. Ich seh doch keine Zombies. Ja. Ich seh doch keine Zombies. Wo kann man hier eigentlich eine Heli auffüllen? Das müssen wir uns einfach mal bemerken. Damit, falls hier mal eine Heli langfliegt, dass wir immer wissen, wo die hinwollen. Ja, das ist ein Zoppy. Zwei. Zwei. Ratten spawnen. Drei. Wir gehen durch den Haupteingang. Als wenn er mich gesehen hat, alter. Ne, hätte ich gesehen. Hätte ich gesehen. Ein G17 Magazin. Sehr schön. Zwei Smoke Grenades. Mit Smoke Grenades, wenn du die Wand berührst, kannst du auch ein Haus kaputt machen. Hier ist noch eine AK. Die nehme ich mir jetzt. Hallöchen. Bist du wieder da? Ja. Ja, schön. Ja, cool. Cool. Ich hab sogar jetzt auch fünf Magazine für die AKM. Nice. Ich hab immer noch nur zwei Standards. Ich hab bis jetzt noch keine Standards gewonnen. Das ist voll lächerlich. AKM ist auch... Ich hab auch liebe noch. Das ist so schmandrig. Das ist richtig. Ah ne, ich wollte ja die Leiter unterbretten. Hier unten sind aber auch keine Zombies. Du kannst auch ruhig durch die Tür gehen. Okay. Ne, nicht du. Bei dir weiß ich's nicht. Wow. Ich hab die Treppe runtergefallen. Okay, ich geh jetzt links entlang vom Tower. Geradeaus. Also... Ne, also nicht links entlang. Also ich geh weiter in Richtung Spawn. Hier ist die Mii. Achso, gehen wir jetzt direkt zum Gregor und nicht zum Nachwärdig. Hier ist die Mii. Hier hinter mir laufen Zombie. Zwei Zombies. Wohin laufen wir jetzt genau? Gregor. In die Richtung. Gregor nach... Ich dachte wir würden nach Wärdig laufen. Deswegen bin ich auch eben in die falsche Richtung gelaufen. Wo sieht man hier? Gils ein spezielles Symbol für Feuerwaffe? Äh, ja einfach ein großes Vierecke. Muss mit der Maus drauf gehen und dann steht da was das ist. In Städten ist das das große rote Viereck. Du kannst aber auch drauf klicken, dann siehst du rechts unten was das ist. Ja, wenn das zwei große rote Vierecke sind, dann ist das eine die Polizeistation, das andere die Feuerwache meistens. Ja, das ist die Feuerwache. Okay, ich weiß wenigstens wo ich bin. Hä, aber die ist einfach mal komplett außerhalb. Ach doch, stimmt ja. Ach, dann kann ich ja direkt mal zum Krankenhaus laufen und gucken was da so ist. Wo bist du denn jetzt ungefähr? Ich bin jetzt am Ende vom Airfield gerade angekommen. Weil ich seh dich nicht mehr. Wo bist du denn? Auch gleich am Ende vom Airfield. Ich bin da jetzt... Weiß nicht, wo die Zombies sind, die ich eben noch hinter mir hatte. Die hab ich jetzt am Arsch. Echt? Ich seh dich halt nie wegen deinem scheiß Tarnanzug. Ich bin direkt an der... Also wenn du nördlich das Airfield lang gehst, bin ich an der rechten Kante quasi. Also ein bisschen weiter davon weg. Zwischen zwei Tannen. An der rechten Kante? Ich muss kurz das Airfield suchen. Ah, ich weiß woran das Lied das so hängt. Woran? An meiner Hintel-Verbindung. Der sagt mir die ganze Zeit dieses Ketten-Lied, das durch ist. Ach so. Was die Verbindung schlecht ist. Ja. Das ist doch natürlich klar. Hast du nen gelben Ping? So, dann siehst du mich. Terrakotta da bist du. Äh, Ping? Wo sieht man denn immer? Aber ne gelbe Kette. Wenn die Kette gelb ist... Ne, du ist rot. Ja, hahaha. Das ist noch schlechter. Dann hast du, äh, ne super schlechte Hintel-Verbindung. Roter Ping ist so über 100, glaub ich. Seh dich nicht, Philipp. Ich hab grad deinen Namen noch gesehen. Alter, wo bist du? Ich hab deinen Namen grad noch gesehen. Bist du schon durch die Tannen durchgelaufen? Terrakotta, da bist du. Sniper bei den Tannen, ne? Ne, ich lauf halt auf die Tannen zu. Oh, fuck. Und wo denn? Vom Airfield? Ne, guck mal nach rechts. Ich lauf schon. Oh shit, shit, shit.